Im November 1914 kämpften deutsche Verbände in Westflandern. Die Angriffe sind als Schlacht bei Langemark bekannt. Der Mythos von Langemark war jahrzehntelang ein zentrales Element der deutschen Erinnerung an die Kämpfe des Ersten Weltkriegs. Heute ist dieser Mythos verblasst und wird lediglich in nationalistischen Kreisen gepflegt. Der Mythos entstand aus einem Bericht der deutschen Militärführung und wurde dann massenhaft in den Zeitungen des Deutschen Reichs verbreitet. Dort war zu lesen, Zitat, All das ist von der historischen Forschung widerlegt worden. Es waren keine idealistischen, freiwilligen Regimenter der deutschen Jugend, sondern Reserveeinheiten. Schlecht ausgerüstet, kaum vorbereitet, mit mangelhafter Artillerieunterstützung. Unter den Bedingungen eines Sturmangriffs ist es kaum realistisch, dass die Soldaten beim Stürmen das Deutschlandlied sangen. Die Verluste der Deutschen waren hoch. Allein von der einen angreifenden Division fielen fast 2000 Mann. Langemark war ein militärisches Desaster. Der Langemark-Mythos gilt heute als Versuch, ein Helden-Epos zu schaffen. Mit der Realität hatte er nichts zu tun. In Langemark-Feiern, Kriegserinnerungen und Gedichten wurde der Mythos Teil des offiziellen Gedächtnisses. Nationalistische Studentenverbindungen klammerten sich an die Behauptung, es sei die akademische Jugend gewesen, die in Flandern kämpfte. Auch Hitler erwähnte die Legende in Mein Kampf. Der Mythos wurde gepflegt, die Nationalsozialisten übernahmen ihn zur Mobilisierung des deutschen Kriegswillens. Langemark steht heute für die Flucht vor der Verantwortung der politischen und militärischen Führung des Kaiserreichs. Sie steht für die Wirksamkeit eines Mythos, der in rechten Kreisen bis heute Wirkung zeigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017